Wie gewohnt jeden Monat die kompletten Einnahmen meiner Selbstständigkeit mit Raw Spirit. Was verdiene ich genau mit meinem Youtube Projekt und schaffe ich es irgendwann davon auch zu leben. Seid eingeladen wie jeden Monat mit mir meine Entwicklungen auch finanziell zu beobachten. Guten Morgen! Ja echt und ehrlich dabei sein, das macht den besonderen Reiz dieses Formats aus. Nicht den Erfolgsbericht von irgendjemand zu lesen, der es irgendwann mal geschafft hat. Denn wenn wir solche Dinge konsumieren, haben wir immer nur eine Art Selektion der Gesamtmenge an Menschen. Viele spielen mit dem Gedanken um sich ein Online Business aufzubauen, gerade über Youtube und lassen sich blind mitreißen von Kanälen die dazu hemmungslos aufrufen, aber bekommen gar nicht mit wie viele tausend Youtube Kanäle es gibt die gestartet und einfach wieder eingestampft wurden. Aber warum eigentlich? Weil keiner diese schaut oder wenige diese schauen und dass dann der Aufwand dem Nutzen der entgegensteht zu hoch ist. Und ich glaube ich habe mir auch einen direkt essentiellen Punkt der gar nicht deutlich genug gesagt werden kann. Macht nicht Youtube weil ihr Euch ein Online Business aufbauen wollt, sondern macht Youtube weil ihr Spaß daran habt. Ich habe mittlerweile über 1100 Videos produziert und habe nach wie vor unverkennbar viel Spaß und Freude an den Themen, an den Recherchen und auch an der persönlichen Weiterentwicklung aber auch an den Austausch mit den Menschen auf der anderen Seite die die Videos schauen. Ich bin nach wie vor beseelt von dem Gedanken wie in jedem Moment des Tages und der Nacht zeitgleich derzeit 18 Menschen irgendwo ein Video von mir anhaben. Zu jeder Sekunde in Deutschland. Ich habe über 1 Million Aufrufe meiner Videos und das mit einem Format was die Welt verbessert. Die Welt bessert sich also jede Minute durch mich. Was könnte es für ein größeres Glück für einen Menschen geben? Die Menschen schauen meine Videos und sind selber motiviert die Welt auf ihre Art und Weise auch wieder zu verbessern. Und so geht es immer weiter und die Informationsgesellschaft sorgt dafür dass die geistige Evolution die früher Jahrhunderte gedauert hat in ein paar Monaten absolviert wird. Ihr teilt meine Videos so häufig wie nie zuvor. Und derzeit ist es so dass ihr pro Tag 10 Menschen ein Video von mir teilen und das jeden Tag. Egal ob auf Facebook, per Whatsapp oder auf anderen sozialen Plattformen. Danke dafür. Ich habe nun innerhalb von 2 Jahren über 5000 Abonnenten und wir haben auch insbesondere mit dem Let's Talk am Donnerstag, also dem Live Talk, hier so einen richtigen Tribe aufgebaut der die Welt reformiert oder reformieren wird und zwar nicht durch blinden Dogmatismus wie Esst keine Tiere und lebt ökologisch, sondern mit einer bewussten und realistischen Demut um die Welt eben ein Stück besser zu machen, aber Stück für Stück und nicht es muss so sein. Wir diskutieren offen und ich sperre nach wie vor keine Menschen nur weil sie beleidigend oder respektlos sind. Diese Menschen gehören zu unserer Welt. Wir bedeutet nicht nur die die so denken wie wir oder wie ich, sondern wir sind alle. Auch die Mörder und die Vergewaltiger, die Hippies, die Konditionierten, alle Menschen sind wichtig, wenn wir die Welt verändern wollen, weil die Welt besteht aus allen Menschen, zumindest die Welt von der ich rede die ich verbessern möchte, nämlich die Menschen. Und da braucht es Demut, dass man diesen Idealismus den man natürlich in sich spürt nicht einfach blind durchdrückt, sondern dass man ihn einfach versucht selber fortzuleben und damit dann halt einfach das Maximum rausholt. Wir gehen gemeinsam diesen Weg, der eine mehr, der andere weniger, aber mit diesem Kanal lernen die Menschen zu differenzieren und die goldene Mitte zu finden. Nicht weil ich sie kenne, sondern weil ich den Weg dahin zeige den jeder selber gehen muss. 595€ habe ich diesen Monat verdient und dafür ein großes Dankeschön. Denn nur ihr wirklich nur ihr sorgt dafür dass ich weiter an diesem Projekt in der Intensität arbeiten kann. Ohne Eure Aktivität und Bewusstheit könnte dieser Kanal überhaupt nicht mehr existieren. Ihr seid die Saat der geistigen Evolution, mit jedem neuen Abonnenten wachsen wir. Stellt Euch mal vor, es gibt 10 Millionen von Euch in unserem Land, fühlt Euch da mal rein, 10 Millionen die Bewusst reflektieren, was das bedeuten würde. Ich werde so denn die Rahmenbedingungen erlauben und ich auch geistig fit bleibe diesen Kanal weiterführen bis zu meinem Todestag. Ich lebe dafür anzuschieben und die Energie des Universums und deren Dynamik sich entfalten zu lassen. Evolution, Veränderung, Transformation, gemeinsam mit dem Planeten. Danke für Eure Unterstützung als Patron meines Kanals, danke für die Käufe bei Amazon ausgehend meiner Links von mir, danke für das Anschauen und das Klicken von Werbung vor den Videos und danke für das Teilen, danke für das Diskutieren und dafür dass ihr bereit seid nicht auf Euren geistigen Arsch zu sitzen, sondern mit mir und mit Eurer Bewusstheit daran arbeitet Eure und damit eben auch die ganze Welt zu verbessern. Also lasst uns weiter, solange es unsere Kraft erlaubt uns mit einem bewussten Leben auseinandersetzen. Ich liebe Euch, ich hoffe ich konnte Euch wieder gut informieren. Euer Christian machts gut.